Musik 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 Genau, ich bin längst weg. Da ist der. Jetzt kann ich den mal beobachten, wo der lang geht, wo ich lang muss. Da muss ich bestimmt hoch. Ja, da sehe ich jetzt schon. Da muss ich hoch, okay. Okay. Ja. So. Ähm, genau. Die brauche ich jetzt. Musik Ich komme, ich bemerke da hin. Okay, warte mal. Waaat. Oh. Wir machen das mal anders. Ja. Warte mal, eine strecken wir noch. Äh. So. Und jetzt. Geben wir mal Gas. Ich muss hier, muss ich. So. Warte mal. Ja, 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 ja. So sieht das aus. Na ja, Kumpel. Die können wir wieder nehmen. Und. Minimale Anstrengung. Ja, maximaler Erfolg. Grön. Grönau. So, haben wir. Oh, ich. Moment, kann ich nicht auch von hier aus eventuell? Guck mal, ob das nicht doch geht. Äh. Komm hoch. Weiß ich nicht, ob das geht. Nee, das sieht nicht da noch aus. Nee. Nee. Nein, das funktioniert nicht. So, jetzt muss ich aber. Hab ich, hab ich schon. Jetzt muss ich gucken, wie ich da raufkomme. Garantiert. Wo ist das? Da komm ich nicht hoch. Wo komm ich jetzt hoch? Blöd Mann. Hättest du mal nix gemacht. Ja, ist doch wahr. Ah, hier komm ich hoch. Nehme ich nochmal an. Ja. Grön. Wunderbar. Dann haben wir hier das Langwein erledigt. Ja. Hier noch ein. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ja, kommen wir auch, glaub es mir. Fünf Punkte, was bedeuten die fünf Punkte, kann ich ja gar nicht mehr einsetzen. Bringt das später was? Ich weiß er nicht. 106. Das ist natürlich... Äh, wo bleibt denn der? Okay, zwei Zahn zulegen, Keule. Hallo? Äh. Ah. Da scheint er zu kommen. Ja, man hört ihn. Auf jeden Fall. Spring auf den Rücken des Langhals. Ja, auf den Rücken. Ja. Naja, also der Rücken ist es nicht wirklich, ne? So. Eureka. Äh. Ja. Du komm, beeil dich mal ein bisschen, Kumpel. Wir haben keine Zeit, wir essen zeitig. Und ich will heute noch weiter. Ja. Okay. 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 Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Ja. Machen wir. Los, weiter. Immer weiter auf der... weiter. Eureka, ey. Okay. Das sind aber auch Aktionen. Oh. Tidadidada. So. Der wird jetzt... Wo ist der? Da. Ohohohohohohohohohoho. Wat? Na? Äh, wat willst du denn? Nee. So, der war schlecht. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. So, du bist erledigt. Oh. Komm, einen noch. Jawohl. Dann haben wir den auch erledigt. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht hier oben. Die Gegend frei machen. Ist gar nicht so unübel. Nee. Nein, nein. Abseilen wir uns noch nicht, weil... Wir haben hier noch was... Was mir gar nicht gefällt. Ja. Ich darf noch nicht runterfahren. Da soll es. In. Ja. Na, wir warten noch ein bisschen. Aber wir sind noch nicht zu weit. Erwischt. Ja, ja. So, du bist erledigt. Na, kriegen wir da noch was? Na, nicht. So, der ist auch weg. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß... Ja, das tut dir dann leid, wenn... Wenn er jeder gegenübersteht, dann wird er ein bisschen komischer. Oh, halt vorsichtig. Nee, das bringt nichts. Okay, komm. Sagen wir uns ab. Das passt schon. Und... Und... Ja. Ja, beobachte er... Ereignisprotokoll. Okay. Naja, ging ja einigermaßen gut. Finde ich schon. So, nicht da oben. Sonst werden wir doch mal glatt da hingehen. Ja, gehen wir da hoch. Da ist bestimmt ein Wächter da oben. Oder habe ich... Irre ich mich da? Nein, nein. Nee, hier ist nichts. Aber hier haben wir die ganzen... Lutscher. Jetzt gehen wir einmal hier rum. Ah, du siehst auch nicht mehr ganz so gesund aus wie vorher. Ja, der weiß nicht, woher es kommt. So, der ist auch hinüber. Das ist sehr gut. Ja, ich sage ja, ich ernte dann nur noch etwas, weil ich gesät hatte. Nee, kann ich nicht tragen. Nee, ist nicht schlimm. Das Ding ist nicht schlimm. Nee. So, und das war gut hier. So, dann können wir jetzt hier runter. Ja, wir müssen uns den Sägezahn widmen. Dann im Grunde genau... Oha, yo. Weiß gar nicht, aber kann der einen plattreden? Ja, ne? Schon. Heimat einer Sterne, was habe ich hier gejuchtet? Denk guter Mann, die liegen hier überall rum. Das wird sehr gute Dienste leisten. Ja, sehr gute sogar, würde ich sagen. Eben noch mehr rum. Oho. So. Haben wir das schon entdeckt? Ja, nehme ich mal an. So. Zack, jetzt gucken wir mal... Ähm... Ui, ja, sicher. Jetzt haben wir ja alles frei hier. Ähm... Verdorbene Zone. Ach, guck mal, das habe ich auch direkt... Ja, so geil. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Platz, aber... Oh, das ist alles, was mich hier... Ehrlich... Wo denn? Da. Gehen wir jetzt da hin. Der gibt dich nach Scheuerfels. Nein, ich müsste hier zur Jägerloge. Ah, der ist da oben. Ah, guck mal, bin ich direkt richtig? Ich glaube schon, ne? Ja, bin ich direkt richtig. Wieso komme ich da nicht hoch? Äh, ging nicht. Oh, da oben sterben sie an. Ich weiß gar nicht, was das sein kann. Oh, 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 oh. Äh, zu spät. Yo, das war's. Ne, doch nicht. Scheiße. Wo sind die? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, super. Yo. Warte mal. Ne, ne. Freunde, so nicht. Ich hasse es. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Der ist hier. Wo sind die anderen? So. Und was noch? Noch mehr? Nee, eigentlich nicht. Boah. Hab ich schon gesagt, dass ich die hasse? Ja, hier oben auf dem Berg. Los, nimm die. Sauber. Nein. Ich will die Karte. Ja. Wunderbar. So. Jetzt, äh. Schauen wir mal. Hier müsste ja noch mehr rumfliegen. Oh, na komm, das ist mir jetzt egal, das Zeug, ja. Ja, man, da vorne, ja klar, der eine ist garantiert hier runtergefallen. Irgendwo wird der da unten liegen. Nämlich mal schwer an. Ich hab doch Stimmen gehört. Ja, sehr, eindeutig hab ich hier Stimmen gehört. Aber ich seh hier nix. Hier hat doch jemand um Hilfe geschrieben. Da kannst du mal sagen, was du willst. Ja, sehr. Guck mal, hier ist doch ein Lager. Dann Leckwett. Metallbrand, Draht. Komm. Geht halt nicht. Also, irgendwie ist hier ne Quest, aber auch keine Quest. Na gut, dann halt nicht. Speichern wir mal ne Runde. So, die Karte, bitte. Hier ist das. Da haben wir doch bestimmt noch ein... Ja gut, da haben wir das Lagerfeuer. So, Quest. Ähm, Scheuerfels. Na nein, Grenzenwert. Schöpfas Ende. Nehmen. Lagerfeuer. Loge. Kolateral. Bringe die Trophäen zu Assis. Das machen wir jetzt. Ja. Weil ich möchte ihn sein doofes Gesicht sehen. Oh, Scheuerfels. Oh, Scheuerfels. Nein, hier nicht mehr. Oh, was. Irgendwo geht's schon. Nee. Kann ich mit ihr reden? Na los, bring Assis die Trophäen. Ach so, okay. Sie wusste das. Aha. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen. Für den Sonnen habe ich der Loge. Drei Sägezähne, zwei Verwüster und dazu ein Kirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Bist du doof? Ich habe sie erlegt. Selbst. Wirst du sie annehmen? Gut. Ja. Ich nehme sie. Aber sagt Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen. Wenn sie Rotschlund kriegen will. Aha. Na gut. Dann sagen wir ihr mal Bescheid. Dass der Typ hier oben ein riesen Arschloch ist. Ja. Adeliger. Mit dem Stock im Arschloch. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh. Und bei was? Komm mit hinaus. Nee, hier ist ganz gut. Lass uns hier an den Theke gehen und ein bisschen was trinken. Diese coole Sache hier. Die Jägerloge. Jäger Kneipe ist das hier. Jetzt alle nur am Löwen. Wir. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Ein Arschloch. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Genau. Ich habe ja noch mehr zu tun. So ist das ja nicht. Ne? Die sind begibt sich noch möglich. Nein. Herr Gamer. Äh. Sekunde. Oh ja. Wir haben ja einiges schon abgefrühstückt. Aber hier ist die Blume. Da ist das. Ja. Das. Und das Jägerdorf. Oh lecker. Ich freue mich schon. Ja. So. Wir haben aber hier noch eine. Und hier Verdorbenen. Das ist jetzt nur keine Quest. Dann soll es. Ja. Und hier ist der Scheiß. Ja. Da an dem Ding ist Blut dran zu kommen. Und hier auch. Ja. Aber. Den Weg habe ich glaube ich noch im Kopf. So. Ähm. Was tun Sprach Zeus? Die Götter sind besoffen. Spornfelsenjagdgebiet Loge. Ja. Ist mir jetzt eigentlich vollkommen Titte. Weil wir werden. Und. Ja. Hier hin. Und dann gehen wir da runter. Und machen die. Ähm. Ähm. Oh Gott. Anstatt zu spielen. Es ist trotzdem nicht einfach für mich. Ja. Egal welches Spiel. Aber das. Oh. Hier. Äh. Moment. Vielleicht ist das sogar hier oben. Ja. Das kann ja unmöglich sein. Was ist das denn? Na ja. Das ist einfach nur Geldmacherei. Ähm. Ich guck mal eben mit dem Jägersitz. Nein. Im Grenzbezirk. Nein. Das ist etwas Ende. Auf keinen Fall. Der Jägersitz. Ergebt sich nach Wödlicht. Haltet die Questlicht an. Wödlicht. Ach guck mal hier. Da können wir so weit. Ne. Mach ich aber jetzt nicht. Ich habe gesagt. Wir machen dieses Ding hier. Und. Das will ich dann auch. Warte mal. Kann ich das Ding ja noch mitnehmen? Ja. Dann kann ich mich hier abseilen. Oder so. Nicht wirklich. Muss ich doch da hinten. Oder den hat er da. Keiner hat mich gesehen. Keiner sieht mich. Außerdem habe ich hier alles gereinigt. Kann nichts mehr sein. Nein. Das ist alles klinisch rein hier. Können wir so rüber. Ohne zu schwimmen. Ich hätte jetzt wieder gedacht. Die letzten 50 mm hätten wir wieder schwimmen müssen. Ja. So. Das ist entdeckt. Das haben wir. Das ist gut. So. Ähm. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Ja. Auf und fallen. Dann nehmen wir den Röhrrücken mit. Und dann. Und dann lassen wir ihn hier. Auf und fallen. Und dann nehmen wir den Röhrrücken mit. Und dann. Oh. Ist er schon hier? Nee. Nee. Was sind die? Was? Stürmer, ne? Stürmer, ja. Aber hier mache ich erstmal einen Cut. Die letzten beiden Dinger. War ehrlich der Hammer. Einmal 45 Minuten. Und so weiter. Yo. Ja. Was ist klar? Komm, geh mal Kniegas, Schätzchen. Wir wollen die Blume haben. So, ich muss mal eben... Nee, genau, die Fahne brauche ich jetzt nicht. Okay, ehrlich ist... Wo ist der? Sogar zwei. Der ist da. Geh noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stück. Komm. Das war keine Warnung. Hä? So, der ist erledigt. Auf nett, auf lustig. Oh. Du wunderst dich, ne? Ja, kann ich auch vorstellen. Kommt weg. Oh. Schön. Ich hab's aufgelassen, wo der ist. Drei sind das. Der ist weg. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020